Gefährdet meine Gewinnbeteiligung an einer GmbH meine EM-Rente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich bin Gesellschafter an einer GmbH, halte 30% an dieser GmbH und bin an den jährlichen Gewinnen mitbeteiligt. Ich beziehe eine Rente wegen voller Erwerbsminderung und habe nun die Befürchtung, dass ich über die Gewinnbeteiligung die Rente wegen Erwerbsminderung verlieren werde. Wie ist hier die Rechtslage? Wird das Halten dieser Gewinnbeteiligung, dieser Gesellschafterbeteiligung als Tätigkeit angesehen, sodass ich hier meine Rente eventuell verlieren könnte? Nein, meine Damen und Herren, so ist es nicht. Die reine Gewinnbeteiligung oder Gesellschafterbeteiligung an einer Kapitalgesellschaft, sei es jetzt GmbH oder Aktiengesellschaft, ist nichts anderes als eine Vermögensbeteiligung und deshalb grundsätzlich nicht als anrechenbarer Hinzuverdienst, wenn sich aus der Gewinnbeteiligung irgendwelcher Verdienst daraus ergeben sollte, anzusehen. Deshalb müssen Sie sich da im Grundsatz keine Sorgen machen. Das Gesetz sagt aber ganz klar und eindeutig, wenn Sie in dieser GmbH beruflich tätig sind, also nicht nur das Halten der Gesellschafteranteile, sondern darüber hinaus noch beruflich tätig sind, dann müssen Sie sich bitte an die gesetzlichen Stundenvorgaben halten und dann heißt es, wer mehr als drei Stunden arbeitet bei einer vollen Erwerbsminderungsrente und das auf Dauer, hat dann keinen Anspruch auf die Rente wegen voller Erwerbsminderung. Das heißt also, hier muss man ganz klar unterscheiden, Gesellschafterbeteiligung als solche ist keine berufliche Tätigkeit. Wenn Sie aber darüber hinaus noch beruflich tätig wären, im Sinne eines aktiven Tuns für Ihre GmbH, dann müssen Sie sich bitte um die Stundenvorgaben, die es bei einer vollen oder teilweise Erwerbsminderungsrente gibt, kümmern und zusehen, dass Sie hier unter den entsprechenden Stundenvorgaben bleiben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.